und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal das hier wird heute mal ein etwas anderes video und zwar würde ich euch da draußen ganz gerne auf eine kleine sneaker messe einladen das ganze nennt sich sneaker deluxe sticker convention und findet am 3 januar 2019 in berlin und zwar in dem lux festsaal in der polstraße 20 107 85 berlin stadt ich werde jetzt auch noch mal auf der seite in den flyer anblenden die messe geht übrigens von 12 bis 17 uhr und alle infos noch mal genau zu messe könnt ihr unter diesem instagram account finden das heißt wenn ihr noch irgendwelche fragen habt schickt einfach dem account eine direct message oder wenn ihr tickets haben wollt es wird alles über die instagram page geregelt wir haben auch mittlerweile schon eine kleine whatsapp gruppe wo so um die 50 leute drin sind das heißt es wird auf jeden fall eine kleine aber feine runde ihr habt sogar die möglichkeit euch seinen eigenen tisch zu organisieren das heißt wenn ihr noch irgendwelchen stuff habt ihr loswerden wollt oder den ihr verkaufen wollt dann unbedingt eine direct message wie gesagt an die instagram page schreiben ich bin natürlich auch als stargast auf der messe und werde zusammen mit jannik aka german halbkirchen auch einige von euch kennen so eine art fashion talk veranstalten das heißt ihr könnt jetzt schon auf der instagram page von sneaker deluxe einfach unter dem posten paar fragen stellen und jannik und ich werden zusammen auf dem event diese ganzen fragen beantworten und das wird auf jeden fall mega geil natürlich ist auch für drinks gesorgt und wir haben auch schon ein mega geiles bühnenprogramm entwickelt das heißt ihr könnt auf jeden fall gespannt sein und dann noch eine gute und eine schlechte nachricht die gute nachricht ist es wird definitiv ein live raffle geben das heißt ihr werdet die chance haben ein schuh gewinnen zu können und die schlechte nachricht ist ich darf nicht sagen welcher aber also ich kann so viel sagen es wird auch auf jeden fall krass und wenn ihr jetzt Bock auf die messe habt und euch ein ticket für gerade mal sieben euro kaufen wollt dann geht jetzt hier unten in die video beschreibung da habe ich wie gesagt noch mal alles verlinkt alle infos die ihr braucht und wie ihr zur instagram page kommt zusätzlich möchte ich drei tickets verlosen das heißt drei leute kommen von euch einfach kostenlos mit auf die messe was ihr dafür machen müsst ist ganz einfach und zwar müsst ihr mich auf youtube abonnieren damit auch auf instagram folgen genauso wie der sneaker deluxe seite und am besten auch noch bln halb folgen das ist nämlich auch der das ganze mit leitet die teilnahmebedingungen findet ihr auch noch mal in der video beschreibung also alles easy ich habe auf jeden fall richtig bock auf die messe und würde mich freuen so viele wie möglich von euch zu sehen und ansonsten haut rein und bis zum nächsten video bis zum nächsten video